Computerbild hat in der Ausgabe 3 2011 8 Minicomputer ab 429 Euro getestet. Testsieger wurde der Acer Aspire X3950. Der flotte Intel Core i3-Prozessor sorgt mit einer Taktfrequenz von 3,07 GHz für ein befriedigendes Arbeitstempo. Speicher-hungrige Anwendungen können auf 4 GB Arbeitsspeicher zurückgreifen. Platzmangel? Für eine schnelle Grafikkarte ist kein Platz im Minigehäuse. Für 3D-Spiele eignet sich der PC daher nicht. Dafür arbeitet der Rechner angenehm leise. Ein DVD-Brenner ist an Bord. Die Festplatte bietet 596 GB nutzbaren Datenspeicher. Schade, WLAN und Bluetooth müssen Sie mit entsprechenden USB-Sticks nachrüsten. Kontaktfreudig? An der Vorderseite finden Sie 5 USB-Buchsen, Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon sowie ein Lesegerät für Speicherkarten. An der Rückseite finden Sie weitere USB-Buchsen, einen Netzwerkanschluss, einen analogen Ton-Ein- und Ausgang sowie Schnittstellen für Maus und Tastatur. Monitore und Fernseher schließen Sie per VGA, HDMI oder DVI an. Es ist sicherlich nicht der kleinste. Er hat aber den schnellsten Prozessor integriert, hat ein insgesamt stimmiges System und Tastatur und Maus sind auch mit dabei, sodass man gleich loslegen kann. Das ist generell ein Problem bei diesem Formfaktor, dass die Spielefähigkeit meistens nicht gegeben ist. Es ist aber durchaus ein gutes Gerät für den normalen PC-Alltag. Windows 7 Home Premium in der 64-Bit-Version ist vorinstalliert. Der Acer Aspire X3950 wird mit Microsoft Office Starter, Maus und Tastatur ausgeliefert. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020